Gott zum Gruße, hier ist er wieder. Wir haben Freitag, den 2. Dezember, frühmorgens und in diesem kleinen Clip geht es um den Nachtstag. Und ich fange direkt mal mit dem Monat an, weil jetzt haben wir ja wieder einen Monat hinter uns, ich fange mit dem an. Und wenn ich auf das Bild ansonsten schaue, ist es so, dass wir haben hier in diesem Bereich 11.000, ich denke, eine recht gute Unterstützung. Vielleicht sieht er nochmal eine 10.950, ja, aber ich denke, wir haben die jetzt hier oftmals gesehen oder sind leicht rangegangen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Bodenbildung hier. Bei 10.500 liegt jetzt auch das untere Monatsband, das ist soweit okay. Aber was mich eigentlich sehr positiv stimmt, das ist hier zum Beispiel das MACD, es dreht weiter hoch, lang, kurz, kurz. Jetzt haben wir natürlich erst den Monatsanfang, ist mir klar. Aber das sieht ganz gut aus, Stochastik sieht ganz gut aus. Also ich denke, die haben wirklich das Schlimmste hinter sich. Dass jetzt der Herr Paul die Zinsen ja nicht mehr um drei Viertel erhöht, sondern halbes, also deswegen haben wir ja keinen Zinspeak. Aber ich denke, das gibt ein bisschen Fantasie drüben in Amerika rein, sodass ich mir vorstellen kann, dass Europaaktien ja eher gleichbleiben, leicht verkauft werden und in Amerika wieder etwas mehr gekauft wird. Ich sehe das auch an diesem Spread, den ich nach wie vor habe. Das war der Nasdaq gegen DAX. Nochmal, die Indizes haben nichts miteinander zu tun, aber ich spiele diesen Spread ganz gern. Der war sogar hoch am Donnerstag bis 2850. Ich habe da keine Angst. Er ist jetzt, gestern oder per gestern Abend, Donnerstagabend bei 2473. Das ist schon ein heißes Teil. Ich mache den trotzdem nicht zu. Mein Schnitt liegt jetzt irgendwo so ganz knapp über der 2600. Ich lege also schon vorne, aber ich sehe nicht ein, den irgendwo mit einer 2 als ersten Zahl zu schließen. Da muss schon eine 1 hin. Irgendwo so eine 1500, 1600, das stelle ich mir nach wie vor vor. Also ich habe da keine Angst. Damit gehe ich auch über die Weihnachtsfeiertage, wenn es sein muss. Dann haben wir jetzt hier den Wochenchart. Wir sind über die 20-Tage-Linie gekommen. Entschuldigung, 20-Wochen-Linie gekommen und haben darüber geschlossen. Bisher zumindest. Heute haben wir ja noch einen Tag. Wir haben die 200-Wochen-Linie erneut gesehen. Und auch hier, es sieht alles nach wie vor in Ordnung aus. Wir sind nirgendwo irgendwie überkauft oder sonst was. Und er hat halt hier, den werden wir gleich im Tag sehen, seinen Trend. Und dieser Trend, jetzt gehe ich auf den Tag. Dieser Trend hier, den haben wir vom All-Time-High. 16.000, was war denn das? 16.000, wo habe ich schon aufgeschrieben? 502, glaube ich, war das. Einmal, zweimal, drei Berührungspunkte. Das ist also ein zuverlässiger Trend, sagen wir es mal so. Das gefällt mir und die liegt nämlich zusammen mit der 200-Tage-Linie. Über 12.485 dieser Trend. Weiterhin haben wir es geschafft. Wir haben auf die 20-Tage-Linie von dieser Bewegung hier nochmal korrigiert und die als Sprungbrett benutzt. Und bei gestern haben wir auf diesem kleinen Hoch, was wir vom 15.11. haben, geschlossen. Also das ist jetzt eigentlich schon die Pflicht. Das sollte er machen. Wir sind weiterhin oder wieder positiv über das MACD, genauso über die Stochastik. Von daher habe ich da nicht große Angst. Das muss ich schon sagen. Gucken wir mal spaßeshalber in so ein paar Aktien rein. Nehmen wir mal, was machen wir denn mal hier? Nehmen wir mal Alphabet. Also das ist jetzt der Tagesschart von Alphabet. Auch hier, die haben dieses Gap fast geschlossen. Das war das Gap vom 25.10. Wenn wir hier drüber gehen, das ist die 1.489, also sagen wir 1.005, ist auch hier der Weg zur 200-Tage-Linie, die sich dann verbindet mit diesem Hoch vom 12.9. Ziemlich frei. Ja, also das ist eigentlich auch hier, das ist die Pflicht. Gucken wir, was er als Kür macht. Support ist jetzt der Bereich von 94. Also das haben sie gut gemacht. Gucken wir mal Amazon. Ich habe keine Ahnung, ob die Amazon irgendwie vom Wintergeschäft, vom Weihnachtsgeschäft jetzt irgendwie profitieren. Das weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt andere Leute, die schauen da regelmäßiger drauf. Aber auch Amazon. Hier war erstmal das Low. Gehen hoch, korrigieren leicht und machen jetzt hier auch im Bereich 90. Da haben sie eine gute Unterstützung. Also ich empfinde die als gut. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wir sind auch hier überall positiv. Die nächste Zündung kommt allerdings erst hier bei 104. Wo war der Schlusskurs gestern? Der war bei 95. Da haben sie noch ein bisschen Wegstrecke vor sich. Aber ich denke auch hier, es ist das Schlimmste. Liegt hinter ihr. Was nehmen wir denn sonst nochmal? Wo guckt denn immer so drauf? Ja, Facebook, Meta-Plattforms. Dieses riesige Gap hier ist jetzt eigentlich der einzige Bezugspunkt im Chart. Da sind wir bei 129. Fett runter. Denkt immer an das Band. Nach unten gerichtet, das obere Band. Das hat auch hier wieder ziemlich gut geklappt. Dann geht er hoch. Hier korrektiv. Nicht seitwärts, sondern korrektiv. Pendeln da ein bisschen rum. Und hat genau wie der Nasdaq. Das genutzt die 20 Tage, die ihn nochmal als Sprungbrett. Der kommt ziemlich unter Druck. Der gute Zuckerberg. Muss ja allmöglichen Leute rausschmeißen. Das hatte ich neulich schon gesagt. Das ist schade für die Leute. Aber die Aktionäre finden das toll. Das heißt, die reagieren jetzt mal. Auch hier. Das nächste Ziel ist bei mir erst so 128, 129. Das ist immer auch nochmal bei gut 11%. Technisch positiv. Alles in Ordnung. Kann man nicht meckern. Microsoft. Gucken auch einige drauf. Die haben noch nicht mal die 20-Tage-Linie gesehen. Haben aber dieses Plateau hier. Einmal, zweimal, dreimal. Bei 100 und wo ist denn das? Bei 249 überboten. Auch knapp vor der 200-Tage-Linie. Die sich hier verbindet mit dem Punkt vom 12.9. So im Bereich 265. Sehe ich keinen Grund, Schwarz zu gehen. Kann man immer noch probieren. Long, MACD, Long, Stochastic. Passt alles gut. Netflix. Die haben natürlich auch schon mal einen richtigen Weg hinter sich. Hier war also das große Gap. Dann gingen sie runter bis auf 155. Und die haben sich verdoppelt seit Mai. Ja, das ist schon... Ich habe es immer noch. Ich bin immer noch überlegen, schmeiße ich das raus oder nicht. Ach, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Anscheinend scheint dieses neue Abo irgendwie zu fruchten. Jetzt passiert hier folgendes. Wir haben hier ein Gap. Das ist bei 323. Dann ist diese ganze Kurslücke geschlossen. Und wir haben hier eine Unterstützung gehabt früher. Und das ist jetzt der Widerstand bei 304. Ja, und da spielen sie gerade mit. Bänder sind schön eng. Positiv. Positiv. Habe ich keinen Grund jetzt anzunehmen, dass die nennenswert fallen. Also auch hier, das unterstützt meine These, dass wir einen Boden haben im Nasdaq. Der hat gestern Abend 27% verloren in dem Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, der holt noch einiges zurück. Was nehmen wir sonst hier noch? Nvidia. Habe ich auch noch nie gehandelt. Liegt schon knapp vor der 200-Tage-Linie. Auch hier. Von 108 auf 180. Ich runde leicht. Sagen wir mal 170. Muss ich besser runden. Das ist seit 13.10. Das ist eine Mordstrecke, die die gemacht haben. Die schaufeln sich alle richtig frei. Also ich fand, das waren ein paar Werte, da gibt es noch ganz andere. Ich finde, das sieht gut aus. Ich meine, das ist die Kür, oder vielmehr, das ist die Pflicht hier bis zu 12, 4, 85. Da muss ich mal gucken, was er da oben macht. Vielleicht nimmt er mal eine kleine Pause, die er frischt. Aber ich denke, zum Jahresende hin wird aus diesem Jahresminus von 27%. Das sollte er zumindest mal ein bisschen wieder einholen. Ich bin auf Monatssicht und auch für das nächste halbe Jahr insgesamt positiv. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier nochmal unterbieten. Ich sehe es nicht. Ich wünsche euch ein Happy... Achso, nee, warte mal. Ich habe hier noch die Scheine. Um Gottes Willen. Hier sind die Scheine. Bei den Chorz habe ich zwei genommen. Einen gemütlicheren. Mit einem 10.500 Hebel. 10.900. Da sind wir ungefähr hier, in der Nähe des unteren Bandes. Das ist die KH1CAQ. Sowas kommt bei mir in Frage, wenn wir hier nochmal auf die 20-Tage-Linie runtergehen sollten. Dann kommt der bei mir. Der kommt jetzt sowieso auf die Wortschüsse, aber dann kommt der rein. Und ich glaube, dass das hier sowieso halten wird. Eine 10.900, finde ich in Ordnung. 10,5er Hebel. Einen, der ein bisschen heißer ist, 11.364. Da sind wir unter der 20-Tage-Linie. Hier unten drunter. Das ist ja schon ein heißeres Teil mit einem Hebel von 17,5. Das ist die GZ3 AZ3. Dann habe ich eingenommen für den Fall, dass wir hier oben versagen. An der 200-Tage-Linie, beziehungsweise an diesem Downtrend seit Januar. 12.811. Da liegen wir hinter dem 38er Retracement. Von der Bewegung vom All-Time-High runter bis zum Jahreslow. Also dahinter. Hier ungefähr. 12.811 hat auch ein 15,5er Hebel. Und das ist die GK9XGH. Den gucke ich mir ganz genau an. Der wird dann auch einen höheren Hebel haben, wenn wir hier an diesem Bereich sind. Weil der wird schon, wir haben ja noch einen Gap offen. Wann sind das so eins? Das ist vom 12.9. bei 12.736. Ja, das kommt dann etwa hin mit dem 38er. Deswegen, das wird hier schon so eine Marke sein, dieser Bereich hier. Gut. Dann wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.